Also ich kann diesen Rahmen auseinandernehmen. Okay. Ja komm zu dir. Jaja. Mann, shit. Das ist so lächerlich. Du hast sie in den Pott eingesetzt. Die Kiba war ein richtiger Lappen, Alter. Genauso wie dieser Insekten-Typ. Bei Naruto Shippuden war der richtiger Lappen. Jawoll, Shintian, Digger. Dankeschön. Ich bin an deinem Blue. Okay. Warte. Bin da. Jo. Danke. Rock Lee. Rock Lee ist eine Augenbrau, Digger. Ere. Die Pille lag hier rum, Alter. Die kann ich im Leben nicht treffen. Your right tower is under attack. Yes. Treat. On my way. Digger. Warum greifst du mich an? Hier auf die Wave. Digger. Silla kommst du heute noch? Okay. Ja ja. Gönn dir das Early, Digger. Gönn dir. Okay. Gönn dir das. Gönn dir das. Gönn dir das. Digger aus. Ich habe in meinem Leben noch nicht so viel gejuckt, Digga. Faust ins Gesicht, Faust ins Gesicht, Alter. Die Frage ist, bin ich knock-up-immun, wenn Xingqian mich in meine 3 ultet? Eine gute Frage. Der Rabatins, der jetzt ist so. Auf jeden Fall wurde seine Ereignung. Wer ist mein? Ja, Silla, dann weg doch einfach mal. Was ist mit dir? Sie holt die ganze Zeit runter, dass sie kein Mana hat. Weg doch einfach. Ich komme gleich so. Alles gut. Komm schon, gib mir noch 5 Mana. Danke. Bitte. Nächstes Mal einfach früher, du Stück Scheiße. Nein, ich glaube es ja nicht. Oh, jetzt riecht er. Was ist mit dir probieren? Oh, well, that kind of sucks. Dun, 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 dun. Blackbuttle habe ich geschaut. War okay. Ich finde es jetzt nicht so nice irgendwie. Ich finde es jetzt nicht so nice irgendwie. Welche Das war ich. Was? Das war der Video. Nö, neéd. Das war der Video. Aber wolltest du mich knock up'n, Bruder? 37er Hitze in der Exicht, du Hut. Ich bin's, Bruder, ASAP. Ich glaube nicht, ich bin so ein Bot. Wie ist denn die jetzt gestorben? Ich habe einen Support, oder? Achso, die ist bei dir jetzt. Oh, was geht bei euch ab? Digi, die Serkette war, Digi. Okay. Und die ist bei dir jetzt. Oh, was geht bei euch ab? Digi, die Serkette war, Digi. Okay. Und die Scylla ist am Anfang einfach nicht gebaggt und ist die ganze Zeit geblieben ohne Mana. Okay. Dachte ich, okay. Mach ich mir selbst ein Handicap. Okay. Be careful, Rein. Save yourself. Enemy ultimate sound. Boom. Doch. Die Scylla. Team ein complainer. , Beruf bolt er, gleich носshots. Was, GTA 5? Ne hab ich nicht, wieso? Wir haben GTA 5, wir haben es uns beide geholt, Bruder. Echt, haben wir GTA 5? Ja, wir wollten doch wegen diesem GTA-Roleplay, haben wir es doch uns damals geholt. Oh mein Gott, stimmt, Digga. Wie lange ist das her? Oh Gott, zwei, drei Monate. Achso, Dirtman, ich hab gehört, ich hab's schon. Aber danke, Digga. Ganz ehrlich, Leute, ich find GTA voll scheiße. Macht mir überhaupt keinen Spaß. Ne, ich hab das normale. Ich brauch kein Premium. Was ist dieser Premium? Okay. Oh, alle hier. Oh, nice. Oder hau ab. Ren, du da renn. Holt away when you can. Schön. Die sollte tot sein, aber gib noch was. Nice. Ich habe 4 Sekunden Zesh. Kannst du den ihr Mana machen? Das ist mir wichtiger sogar. Okay. Wobei, ich kann die... Jetzt geh schon zu Mana. Ja, ja, geh zu Mana. Ich nerv' die nur ein bisschen. Ist nicht da. Geh auf hier, geh auf hier. Ja, ich hab nix mehr. Jo, ich hab. Hm. Ähm, Mana. Buffy Smack. Es ist weg. Deine righte Tower ist unter attack. Wieso? Schatt, dass ich schon früher diesen... ...Multipart hole, Digga. Ich muss ein... Bot. Ah, Dark Souls 3, Leute. Das fang ich auch bald an zu zocken. Das wird lustig. Digga, wie viele Games willst du gleichzeitig zocken? Ich hab gesagt, bald, Bruder. Erst, wenn ich Uri durchhabe. Evil Loft mich nicht. Okay. Entschuldige. Ich hab schon ein bisschen gezockt oder so. Am Anfang ging es mir ein bisschen auf den Sack, ja. Aber ich find's schon nice. Also mir hat's Spaß gemacht. Digga, dieser Cat ist richtig nervig, Alter. Oh, nice. Danach noch Plattbomb. Erstmal muss ich Dark Souls 3 durchspielen, Alter. Ich glaub, das dauert ne Weile. Oh, komm schon, der Rama ist so low, Mann. Ich find's weiter auch, sonst musst du nur reinkommen. Also du musst halt, äh, dieses Ausweichen musst du üben. Und nicht so wie Biker davor, also dumm drauf. Funktioniert bei Dark Souls nicht. Ich glaub, meine Autos machen ihm so viel Schaden, das ist unglaublich. Ich glaub, meine Autos machen ihm so viel Schaden, das ist unglaublich. Das ist gut. Ähm, die sind am Ende. Ding für mich. Mhm. 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 Pass auf, dass die nicht zu dir kommen. Na, ich bin okay. Dinos Autos. Oh, die haben mein Speed nicht gemacht. Alter, Ehre. So, was holen wir uns noch? Oh, das ist doch noch mal ein Ding. Digga, diese Hehl läuft die ganze Zeit mit der Pelero, mich kann nix machen, Alter. What the fuck? What the fuck? Alter Scylla clear doch einfach die kack Wave. Ja ja, da drehe ich besser um Chintian, da drehe ich besser um. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ah ja, dann wird es auch mal Zeit durch die Scheiße. Die Ganken dich sowas von 100%. Ja, ok, dann bin ich auf jeden Fall in der Danger Zone. Digga, die sind in der Danger Zone. Die sind fast beide tot. Überlegt euch dreimal bis ihr eine Terra gankt, ihr Hunde. Okay. Oh mein Gott. Socket ist ein bisschen late. Nice. Oh mein Gott. Ist das real? Oh, der Rama pusht. Ja, nur nice. Nice. Anscheinend passiert aber nicht so viel Gutes gerade. In der Mitte haben wir jemanden gekippt. Ah, nice. Ja komm, lass mich in Ruhe. Macht keinen Spaß gegen dich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, da sind jetzt viele Menschen in der Mitte. Ich habe keinen Spaß gemacht. Schau. Der Mana Buff kriegt man. Das ist ja der Mana Buff kriegt man. Der Mana Buff kriegt man. Easy. Easy. was kostet der spaß 250 dann geht auch als moll und mach es einfach so viel die kohle alles kann jeder kommen mein ding kommt alle her ja komm her die sind am feier wer ist das minion da wollte ich mich noch ab geht nicht alles gut bei uns war bis jetzt jeder kampf wir waren unter besetzt bei jedem kampf jetzt kannst du auch schon recht angreifen das war ja ja die können nichts machen eigentlich jeden kampf besetzt waren wir die machen krank die hunde jetzt holen wir uns noch ein few real stuff so die shit goes down ich bin auf dem weg bruder blu ist schon getroppt bruder hat keiner gesehen du hast mich eher blockiert als du die welt geklärt hast ich weiß nicht was du meinst haben die eigentlich feier getroppt ähm ja da bist du dir sicher ich meine ich habe es gehört ja die haben feier okay rahma ulti mhm bitte verteidigt nicht diesen fack mit tower da biss ich bin dein pot wie geht Ich muss öfter Smite spielen, ich bin schon richtig scheiße geworden. Wieder kann ich ulten. Nein! Mann! Ich bin da. Jo. Ich bin da. Jo. Okay. Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! oh Das war's für heute. Ich kann sogar eine Instant Wave die Uni klären. Ey lass mich doch backen du Hund. Stimmt nicht mit dir. Die CC-Lade. Die CC-Lade, die CC-Lade, die CC-Lade. Okay jetzt ist jeder hin. Oho, Damage in dein Gesicht du Hund. Sie leist, tot. Und jetzt überlegt. Er hat nicht ins Gras gewissen. Er ist tot. Er ist tot. Irgendjahr. Er staunen. Ich bin weg. Ich back. Auf den Weg. Und der ist auch weg. Ja, vielleicht können wir hier einen kleinen Turn machen. Oof. 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 so Huhuhu, hmphh, 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 hmphh. Hmphh, hmphh, hmphh. Digga, warum habe ich einen Shakira auf? Das ergibt keinen Sinn. Hast du heute Shakira gehört? Nein, ich weiß gar nicht, wieso das Lied jetzt in meinem Kopf rumsummt. Komm, Attack Speed, brauch mal. Du, da, Damage ist mein zweiter Name. Gankt sie. Schön. Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn. Nur zu gehen. Ich nehme dich auseinander. Ich nehme dich auseinander. Ich nehme dich auseinander. Okay, Jingwei schießt. Oh, oh, oh. Oh, nice. Fire Giant ist gerade gekommen, aber sind ja alle tot. Ja, der kann den nicht zielen, wir haben auf jeden Fall einen Secure. Also, wenn Stella den nicht securet, dann weiß ich auch nicht. Stella ultet jetzt schon. What the fuck? Okay, ein bisschen zu früh vielleicht, Stella. Alter. Tötet diesen Hund. Oh, ich back, gell? Ja, ja. Digga. Ich habe noch einen Shot von irgendwas bekommen und konnte nicht weg. Man war schon im Einkaufsbildschirm. Scheiße. Guck, ich bin schon da. Ich bin immer noch da. Oh, du dumm. Hey, ich bin schon da. Hallo, du dumm. Hallo. Hallo, der Phoenix came. Ah. Oh, nee, da ist so. Scheiße. Ich habe viel für die Jing-Way, die trifft gut die Lauter. Hey, Taunotos, was geht? Servus, Tauner. Distilla stirbt noch. Oh mein Gott. Links pushen. Zieh. Ich denke, wir haben eine halbe Wanderung gemacht bis hierher. Ich höre es dir. Pelé ist hinter uns. Okay. Okay. Ah, komm doch. Die wollen auf Titan gehen. Okay. Uff. Uff, Rama, uff. Bruder, hast du gerade Damage gefressen? Hm. Bro, ich hau, ich mach so ein Schaden. Was ist los? Brutal, Alter. Oh Gott. Bruder. Peelt für mich. Schade. Na, ist egal, die Jing-Way erlebt noch. Die wissen nicht, dass du da ausprobierst. Thekonomike. He I Nahrung. Wie, wenn du da ausprobierst. Whaush, hn- Jabung. He I Nahrung. He Raba. Uh he... ... oh shit jetzt machen sie echt ohne Hunde wir müssen Phoenix verteidigen sonst haben wir keine Chance mehr so was holen wir uns für Boots? wir brauchen Damage? Boah links kommt Monster Wave so Power, Defense, Power, Defense, Power, Defense, Defense, Power ich denke so ein Rod of Tahuti wäre ganz gut ich habe nicht genug Money, Gem of Iso nein ich brauche noch ein bisschen Gold Kronos Pendant oder wir holen uns Spear of Dezo das hört sich doch nach oben an den linken kriegen sie die kommt oh shit oh nein man ich will ich brauche noch ein bisschen Gold ja lass den linken Phoenix geben ja ok Rod of Tahuti ist online ja rechter Phoenix der ist down ja ja ich muss der Athena helfen das ist ein Tower Defense Spiel also ich kann den oh ich habe Leben mehr bekommen also ich kann diesen Rahmen auseinander nehmen ok kommst du hier? kommst du hier? ja komm mal ein Schild das ist so lächerlich wenn du das sehen wie das Schild explodiert Der Schinktien macht aber auch nicht wenig Schaden. Was ist los? Ich krieg's nicht aus dem Kopf. Ich splitpush noch eine Wave. Ich bin in der Danger Zone aber ich riskiere es. Oh ich komm. Gefährlich. Oof, der Damage. Was ist mit diesen Minions? Digga, Terra ist broken. Pssst. Pssst. Digga, geh auf Titan. Pssst. 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 Untertitelung des ZDF, 2020